ich wollte gerade sagen ich habe nicht schlimm ich dachte dass es kommt irgendwas zu dieser mission aber das war nur wegen dem raubüberfall ich will das also wir hier aufnehmen mit den raubüberfällen gespielt und ich bin der host quasi bei denen gut dann geht es heute weiter mit den informationen ich habe eine neue folge startet werde jedes mal die vorbereitung eine folge starten ja du musst mal hat er deshalb ganz eigen zu steuern das ist nah cooler und jetzt muss ich glaube ich muss auf die andere seite irgendwie das ging interessant ich bin lange mit dem hochschrauber nicht mal geflogen kann ich irgendwas mit dem ding machen also nur wenn du vorne sitzt könntest du wenn dann schießen aber nur wenn ich nicht mehr im tarnmodus dabei gerade sind wir uns auf der karte wenn andere spieler trinken komme ich aus der kamera wieder raus das reicht nicht hoch und runter nicht ich will nämlich nicht jetzt wieder dreieck drücken dass ich wieder raus springe damit mit kreis warum sind die hier gefühlt alle nebeneinander aber das ist dann einfach für mich ja du musst jetzt mal hier aus dem tarnmodus raus geht ganz einfach das habe ich ja komplett vergessen das was gibt es so dass denke ich mal meine ja wollte ich gerade sagen den ersten habe ich schon die kopf soll ich noch nicht wenn er ich meine fleck ist und ich habe das promotor hat dass das da unten ja der kopf soll die kopf soll nicht das große problem sein ach da über die gebäude fliegen und dann heftig an höhe verlieren er fährt in unsere richtung ja da unten unter dir ist der mit dem maus mit dem blauen mehr dran da läuft der nicht mehr aaaaaah ne 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 ooooh wir sterben wir sterben Ich bin nicht Kriegt die überhaupt damage? Nö Na dann wirds auf die einfache Methode geregelt Jetzt wird die Wohnung Ja, wir müssen aber kurz Fahrzeug wechseln Kannst nicht davor Nein, der spawnt dann hier Boah Ihr müsst nicht hochgehen Denn hier ist schon wieder ein neuer Hubschrauber Das wird jetzt gemacht Na den repariert Achso, warte Ich will auch was tun Damit der jetzt schnell wegfliegen kann Nein Der war schnell genug Haha Geben sie die Wohnung Warum konnte ich hier grad was annusieren? Aha, ist er da auf uns geschossen? Ich kann nicht schon mal Ich bin's nicht, ichs mal Oh, da land ich mal hier? Ja, also sie haben zweifel noch die Bäume weg Kein Problem Oh, da Oh, da Hast du geschossen? Ja, geht mal hoch Ja, ich schieße Ja, die kann man doch so einfach hoch Ja, die kann man doch so einfach hoch Na dann, rein geht's Boah Problem Ja, jetzt haben wir der Tue durch die Wand Das ist schon mal passiert In irgendeiner Mission Das wollen sie wirklich nicht Ich hab gedacht, der wäre ein Gegner Habe ich nicht gesehen Ah, da ist der nächste Ja, jetzt wenn ich ein Gegner wäre Ein Orangener Fuchs, der mega auffällig ist Ach, was Ach, was Ach, was Was ist das? Das ist, glaube ich, schon einmal bei irgendeiner Mission Mit, äh, äh, mit Fleck und mir passiert Oh Ah Oh, das sind, ich war eigentlich, war eigentlich nicht mal geplant Das war eigentlich nicht mal geplant Die zwei Typen, die da auf einmal hochgekommen sind, die wollte ich eigentlich erledigen Weil das war ein Gegner Weil ihr beide seid gestorben? Ja, ja Ja, es kam zwei Typen auf einmal oben die Bode und ich wollte eigentlich die zwei Typen erledigen Und so viel ist das Problem weiter Ich warte hier als Fluchtfahrer Fluchtlieger, ja Nein, die Halt Habt ihr die Tasche? Ja, ja Wir haben Taschen Warum soll ich dann nochmal in die Wohnung gehen? Äh Haben wir vielleicht was vergessen? Gegner noch teurer gewesen? Keine Ahnung Ich kann mal kurz rein, weil bei mir steht ja immer noch, dass ich in die Wohnung muss Ja, ja, bei mir aber auch Wir müssten noch Gegner irgendwo sein Ach, nee, bestimmt wo ihr gestorben seid, habt ihr nicht wieder die Tasche aufgesammelt Ach so, das kann natürlich sein, warte, dann warten wir, brauchen wir nicht reinrennen Ja Ja Wie ist die Tasche zur Basis zu bringen? Ich wollte gar nichts sagen, ich bin Pilötchen Wollte ihr die Tür auflassen? Schnell Schnell Oh, da sind wir nicht mehr noch Oh, 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 oh Genau, super Idee eigentlich Geh mal weg da Oh, fliegst du nicht weg mit dem Ding? Das ist kaputt Oh Ja, ist aber schön, wenn du wegfliegst So Oh Oh Und Leihwagen Ja Hab schon eins bestellt In Deckung erstmal Na ja, da kommen noch Gegner Deswegen sag ich ja Oh, 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 oh Wo kommt die? Oh Ah wir passen leider nur zwei kämpfen also wird los 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 hier rein kennzeichen fuchs ja eine gaben sogar speed fox fox das sind nämlich an den einlauf war das ist leider du hast oder das hieß damals auch von 64 was ich leider was man sagen muss oder das war das doch wo die diese rettungs truppe hast die da irgendwelche auch im weltall mit dem flugzeug rumfliegt und alles drum und dran warte mal ich weiß was da war ein fuchs und frosch ja so ein adler und noch irgendwas und dann glaube ich ja der fox der fox fox und seiner zeit war irgendwie wolf es kann sein ja es war damals in 64 zeiten das weiß ich noch ich habe das spiel nicht abgespielt aber nicht wirklich weit gekommen na halt ich habe jetzt auf das spiel halt zu sagen starlink battle for art class da ist er auch drin da kommt und da ist man auch absichtlich im weltall ich habe sande waren hase oder so jetzt genau weiß es nicht mehr weiß mal leilat war nicht mehr sicher und haben wir gelangen hier die bürste weinfelder weinwerden das wäre nämlich doch an die zeit mit marcus hier mit den weinen weinwerden aber ich denke mal die zeit wird wahrscheinlich nicht zurückkommen aber keine leute kriegen zumindest hier wird nur geflogen und gleich geflüchtet sehr schnell das kann ich aber hierfür stellen wir haben ja keine sterne kommen wir dann herumfahren nach stelle wir kriegen hier keine vier sterne daher werden müssen diesen chat clown wir haben aber ein paar autos fliegen wo wir diesen doch interessieren die uns gerade erst mal nicht so viel zum thema dazu haben es war keine sterne aber feinde die sind doch jetzt wir müssen zur basis und ich möchte ja schön da kommt ja warum machen wir es uns nicht ganz einfach ich habe keine ahnung was du machst ja so einfach genau stimmt hier ist doch die berüchtigte bekannte kurve wo man halt schön gerne meist hier mal abfliegt oder ja gut wurde gerade sagen fast in den senk geschmeißt ich weiß gar nicht ob nur wie noch mehr auch noch 10.000 kriegt weil der hat der kriegt auch den co noch getötet nahe dann wird beide als alle weniger bekommen da bekomme ich eine benachrichtigung mit joe deine security konnte dich nicht beschützen und ja sie ist unfähig aber einige leuten da bin ich dann auch noch nicht mal verwohlen dort es ist ich wollte den frontal treffen du sagst damit so platz da ja wie kommt das fuchschen ne ein achtung ein wildes fuchs fuchslein kommt in anmarsch ein wildes flach oder wie altkommuner einspänung machen nein weißt du was du da machst öffne weg wenn du dann stürzt sagst du so ja aber aber so mache ich nicht und das liegt sie noch auf die fraise so wir fahren schon richtig warum kommen so viele autos wenn hier in der sack aus ist benutzen die ja alle etwa die rampe nein wahrscheinlich alle den parkplatz so oder soll man dann auch ich habe meine auto hier drin nicht ab der steigt ist stehbar ich habe die ganze rechnung erhalten Fast Level 50, Level 60. Viel kaufen kann ich jetzt eh nicht, weil weil ich ja wieder mit der Heiß weitermachen in zwei Wochen, ja, gut, beim nächsten Mal geht es dann weiter, mit was haben wir dann als nächstes? Wasserwerfung. Wasserwerfung, okay, beim nächsten Mal.